Am 3. Mai 2007 verschwindet die damals dreijährige Madeleine McCann aus einer Apartmentanlage im portugiesischen Praia de Luz, als die Eltern in einem nahegelegenen Restaurant gegessen haben. Die britischen Behörden führen in den vergangenen 15 Jahren umfangreiche Ermittlungen durch, können den Fall aber noch immer nicht lösen. Nun sollen die Ermittlungen endgültig eingestellt werden. Wie die britische Sun berichtet, wird die Operation Grunge nicht mehr verlängert. Die Arbeit des Teams wird voraussichtlich im Herbst abgeschlossen sein, wird eine Quelle in der Zeitung zitiert. Es ist derzeit nicht geplant, die Untersuchungen weiterzuführen. Der einfache Grund für das Aus, die finanziellen Mittel werden nicht mehr verlängert. Damit ist der Fall aber noch nicht abgeschlossen. Im Fokus steht seit Juni 2020 der Deutsche Christian B., der in einem niedersächsischen Gefängnis eine mehrjährige Haftstrafe für eine Vergewaltigung absetzt. Die Ermittlungen dazu führen die deutschen und portugiesischen Behörden. Das britische Scotland Yard unterstützt nur im Hintergrund. Noch im vergangenen Jahr hat Scotland Yard 416.000 Euro erhalten, um die Ermittlungen voranzutreiben. Die Gesamtkosten für die Suche sollen sich auf 12,5 Millionen Pfund, umgerechnet 14 Millionen Euro, belaufen.